Ich bin Leonardo Cianoni, Hockey-Gohli vom EVZUG und studiere an der FFHS. Meine sportlichen Ziele sind sicher, dass ich mich jeden Tag verbessern kann und so zum besten Goal werden der Schweiz. Und mein Ziel des Studiums ist, dass ich für meine zweite Karriere gerüstet bin. FFHS mit ihrem Studienmodell, das mir erlaubt, viel im Online- und Selbststudium zu machen, ist der ideale Partner, um das neben dem Hockey unter den Hut zu bringen. Ich empfehle das Studium an der FFHS jedem, der neben Beruf oder der Familie sich noch weiterbilden will und wenn man Zeit- und Ortsunabhängig studieren will.